Wenn er kaputt geht? Nein. Warum sollten sie auch das tun? Das wäre doch totaler Unsinn. Und... Will ich mir das nur ein oder machen die irgendwie so zehnfachen Schaden, ne? Okay, der Gegner hat wahrscheinlich wieder total überlegene Waffen und so, ne? Die in Spielen halt so übrig. Übrig, übrig, ja. Genau, übrig. Wir haben in Spielen übrigerweise Zeug übrig. Konstruktion abgeschlossen. Was labere ich da schon wieder für ein Mist? Selten wie immer, also von daher... Wayne, juckt's. Okay, darf ich die Basis gleich nochmal neu aufbauen, meine Verteiligung hier so da. Äh ja, egal, wir haben ja das Geld. Wir haben wirklich saufige Ressourcen, ne? 20.000. Obwohl, das hatte ich gegen Ende der Alpha-Kampagne ja auch. Und dann kam die Bette und alles war weg. Oh, noch eine. Konstruktion abgeschlossen. Oh, geil. Jam, jam, jam. So, wie komme ich da am besten nahe, ne? Ja, das ist eine Frage, die stelle ich mir öfters. Äh. Ja. Ich sage dazu jetzt lieber mal nichts mehr. Was ist das? Ach, das war doch diese komische Dreifachmesser, oder? Konstruktion abgeschlossen. Den, wo ich nicht baue. Warum auch immer, warum baue ich den nicht? Weil ich den nicht so toll fand, glaube ich, ne? Äh, ja, das könnte sein. Okay, gehen wir jetzt erst da nahe, oder? Machen wir erst für die Gebäude hier platt. Scheiß Dinger da. Steht mehr im Weg. Ich muss erst da unten nahe. Das ist doch so... Komm ich... Oh, da kann ich nicht runterschießen. Äh, runterschießen. Doch, kann ich schon, aber... Runterfahren. Kann ich da runterfahren? Interessante Frage. Kann mir jemand beantworten? Nein. Das wäre ja langweilig für dich. Ihr baut noch die schönen... Artillerie. Die Mädchen würde überhaupt nichts mehr bringt. Weil ich hier keine Feindbasis mehr habe. Scheiß Verteidigungsstellung. Warum können die nicht durch die Gegend fahren? Das wäre viel cooler. Ich greife jetzt an mit meiner... Meinen Bunkern fahre ich jetzt vor und greife an. Und, oh, ihr feigen Mistkerle. Ja, drehen auch die ersten Einheiten schon jetzt um... Und fahren es wieder zurück. Obkommen, macht die doch mal platt hier. Ja, schön, so muss das sein. Obplatt machen. Nicht stellen. In 20 Stücke zersprengstückeln. Zersprengstückeln. Das ist doch ein komisches Wort. Egal. Über korrektes Deutsch, das ist... Naja, noch niemals Sach gewesen, ne? Und sowieso Deutsch, das ist... Obwohl, Deutsch ist eine schöne Sprache. Schön, unnötig, kompliziert. So, wie es sein muss. So, was habe ich denn? Zwei muss ich meinem guten Commander zuweisen. Das seid jetzt ihr zwei. Habe ich gerade so beschlossen. So, und den Rest. Der nicht zugewiesen ist. Und ich jetzt einzeln... Anwählen muss. Soweit ich ihn denn finde. Ha! Muss ich meinem anderen Commander zuweisen. Soweit ich den finde. Ha! Bin ich gut. Und wir brauchen noch mehr Einheiten. Wir laden einfach mal alles ein, was dazu kommt. Und dann schicken wir das aber los. Was schon. Komm, macht mal hier so platt alles, ne? Hm. Können wir das jetzt auch noch zur Basis? Oder ist das nur noch... Oh, komm. Ihr werdet ja wohl... Nein, sie bekommt es nicht gebackenes Ding da jetzt noch kaputt zu schießen. Na, komm! Ein Schuss noch! Ein Schuss noch! Na, also. Oh, ist das immer so schwer. So von Logik und so... ...halten die nicht so wirklich viel, ne? Egal. So, was macht ihr so? Hier repariert er noch ein wenig. Ja, doch. Ja, also. Moment. Kann man da hüben auch noch ein wenig so Verteidigung hinbauen? Für den Fall der Fälle? Oh, herrlich. Dann bauen wir da noch drei Dürmler hier. Na, vier passen leider nicht. Da würde ich nur wieder den Eingang zumauern. Oh, Gott. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich doch diese verkackte Wegfindung hasse. Was ich immer hintereinander stellen. Ich meine... Kann man das nicht ein bisschen ändern? Dass wir wirklich so schlau sind, auseinander rumzufahren. Irgendwie so. Wollte ich sagen. Oh, komm. Da muss ich jetzt wirklich da oben rein, oder was? Nein, ich schieße einfach von da oben runter. Gehe ich doch auch. Hoffe ich. Möglicherweise, eventuell. Eine Scheiße ist es doch. Komm, lass mich noch irgendwo sowas bauen. Mach mal platt hier. Brav, Jungs, brav. Und nur alles schön reparieren lassen. Dann wird alles gut. Alles wird gut. Keine Sorge. Sie haben nur leichte Kreislaufstörungen. Das wird sie nicht töten. Nein. Was erzähle ich denn jetzt schon wieder für ein Unser? Das gibt doch jetzt überhaupt keinen Sinn. Hat überhaupt keinen Zusammenhang. Und das sind immer die Momente, wo ich mir denke, warum habe ich mir keine Huberkraftfahrzeuge gebaut? Warum nicht? Ich könnte jetzt einfach da rüberfahren, was mir wahrscheinlich gar nichts bringen würde, aber ich könnte es. Das wäre möglicherweise möglich. Ach, komm, lass mich halt noch irgendwo so eine Scheiße-Reparatur-Plattform bauen. Ach, dann eben mitten in die Basis. Na ja. Das ist extra schön eben. Boah. Das hat ja auch immer noch nicht repariert. Was soll denn der Scheiß da? Komm, fahr da raus, bitte. Hat doch keinen Sinn, nicht? Ah, lass die anvisieren. Konstruktion abgeschlossen. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich schon wieder. Ich könnte mich stundenlang über die Wegfindung aufregen. Das ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich brauche sieben Einheiten. So, vier, sechs. Sieben. Wenn ich die Stimmkommander zu weiß. Oh Gott. Und euch zwei, was ihr dann? Dem zu. Okay, dann verliere ich euch zwei eben. Mir ist scheißegal, wenn ihr zur Reparatur fahren wollt. Macht doch, was ihr wollt. Ey, leck mich. Ich greife jetzt an. Und zwar hier hin. Hier hin, wollt ihr. Hier hin. Kann ich noch so ein Ding bauen? Irgendwo. Oh, nein. Doch. Ist ja eine gute Idee, da noch einen hinzubauen. Hm, ne, ich weiß ja nicht. Ach, scheiß drauf. Baut da noch einen, komm. Ist doch wegen enger. Wir mögen es eng. Irgendwie ist eng, wir mögen es eng. Komm, mach mal die Bunger rund. Blatt, die gehen mir so auf den Sack. Das kliffst du gar nicht. Ob macht sie platt. Na, also. Können die da rund... Oh, die können da runterfahren? Na, ist ja geil. Ist das Sack, wenn das wieder keiner. Okay, hätte mir jetzt eh nichts gebracht, wenn mir das jemand gesagt hätte. Ach, doch, ne, die Luft da wäre. Die macht doch nichts. Die will bloß spielen. So. Oh Gott, ich lass meine Truppen gerade unbeaufsichtigt, ne? Oh Gott, bin ich blöd? Die können unbeaufsichtigt doch nicht mal aufs Klo gehen. Ob macht man hier noch so wegen... Warum sind die Mauern noch nicht kaputt? Ist da noch irgendwas basismäßig? Ja, da vorne. Wo ist da noch eine Basis? Da vorne etwa? Nein. Blödsinn. Das ist doch keine Basis, das ist... Kanonenfutter. Raketenfutter. Ja, genau. Futter für meine Raketen. Ja, so haben sie das bestimmt nicht vorgestellt. Oh Gott. Oh, komm. Ich hab wieder keinen Teleporter los. Transporter. Es ist ein Transporter. Immer noch. Egal, schick los den Scheiß. Ja, jetzt komm, mach das Ding doch mal platt. Mensch. Ach, wie man sie einstellen, ist es falsch. Das ist doch... Boah, ne Lensatom kann jetzt schon wieder auf mich... Ach, komm. Fahr da mal raus. Das wird doch sonst... Oh, ich glaub es einfach nicht. Hallo, da runter mit euch. Ey. Kann man, dass es nur so viel Zeit in eine Mission braucht. Das liegt daran, dass man erst die Einheiten immer durch die Gegend fahren muss. Ist ja schlimm. Ich hoffe, repariert man irgendwas. Ach, da kann man auch nach. Ach, das funktioniert auch mit Reparatur oder was? Na, ist das mal geil oder was? Okay, ich brauche keine Reparatur. Oh, komm. Naja, wenigstens ist die Artillerie schon mal weg. Dann wird das Ganze nochmal einfacher. Und dass ich mit der nicht irgendwie so die Gebäude kaputschießen kann, das kotzt mich schon ein wenig an. Warum kann man denn nicht das Ziel zuweisen? Vielleicht, vielleicht darüber. Nein. Oh. Das wird nix mehr. Komm, fahr halt zur Reparatur, Mensch. Oh. Dann eben einzeln hinbewegen. Oh. Gott's gleich. Ich bringe noch irgendjemanden um, wenn das so weitergeht. Oh, jetzt habe ich wieder ein böses Wort gesagt. Ja, weil hier böses Killerspiel, Spiel, Spieler, Binnen, Spielen. Was? Äh. Oh Gott. Na. Wird es vielleicht heute nochmal an die Reparaturplattform fahren? Oh nein. Wir bleiben lieber an dem Berg stehen, ne? Weil das ist viel lustiger. Oh, er reveriert ihn. Oh, zum Glück. Na, endlich. Und jetzt fährt der Idiot wieder weg. Oh. Yeah. Hallo. Oh. Und wie oft muss er denn da klicken, bis die endlich mal reagieren? Kotzt mich das an. Oh. Wenn das Spiel jetzt so schön wäre, hätte ich längst damit aufgehört. Oh, sie bewegen sich aber auch immer nicht erst. Mann, 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 Mann. Das ist ein Hafen oder gegen sowas. Oh, komm. Interessiert mich gerade überhaupt nicht. Obwohl, doch, wir machen erst den Hafen platt. Warum auch immer, wir machen erst da unten alles platt. Das bringt mir... Oh, w-was zur... Feindliche Basisentwicklung. Was ist das? Och, du Scheiße. Der Formel lieber weg. Oh, ist das wirklich so kölnisch? Keine Ahnung. Oh, der ist tot. Oh, ich habe irgendwas von Verstärkung gehört. Mit was schießen die da schon wieder auf mich? Brandbomben oder irgendwas? Sowas war das doch. Ich habe es genau gesehen. Illegale Brandbomben. Nein, Moment. Sind Brandbomben... Brandbomben illegal? Interessante Frage. Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich da noch einen vergessen? Ich habe noch einen vergessen. Okay, wo ist mein guter Kommander? Der braucht, glaube ich, noch einen, oder? Ja. Gut. Dann fahren wir erst mal dann auf, würde ich sagen. Bevor die uns da wieder mit dieser komischen Artillerie beschießen. Was brauche ich da noch? Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch eine. Sieben Einheiten. Besser, ich schicke zehn. Eins, zwei, drei. Besser, ich baue mal wieder welche, ne? Ach. Iwo. Bauen wir mal vier davon. Drei davon. Drei davon. Boah. Geil, geil. Egal, wie man sie einstellt. Sie machen irgendwie nie so wirklich das, was sie mal sollen. Und wenn sie es machen, dann machen sie es irgendwie nicht so richtig. Oh, geil. Na komm, mach den platt. Es ist doch nur einer. Na wenigstens können die selbst durch ihre eigene Mauer nicht durchschießen. Es wundert mich ein bisschen, dass das nicht geht, dass der Computer das nicht kann, durch seine eigene Mauer durchschießen, ohne dass die Mauer kaputt gehen. Wundert mich jetzt schon ein wenig. Vor allem, weil ich auch schwer spiele, ne? Da hätte ich das irgendwie erwartet. Das würde irgendwie konsequent sein. Oh Gott, enge Pässe schon wieder. Sag mal, was hat der Map-Designer sich dabei gedacht, ne? Oh, ich mache jetzt ganz viele enge Gänge. Und mein Freund drüben in der KI-Wegfindung, der macht eine total schlechte KI. Die nicht mit Wegen umgehen können, vor allem nicht engen Wegen. Das wird ein Spaß für die Spieler. Das erhöht die Spielzeitung dreifach. Oh, ein Atefakt. Na wenigstens etwas. Na komm, mach den Turm noch platt. Oh, ihr werdet wohl den einen scheiß verfickten Turm da kaputt kriegen. Oder Aufhängung, wie es ja heißt. Warum heißt das überhaupt Aufhängung? Das ist ein Turm. Oder geschützt auf einer Mauer. So, tschüss mit eurer Faktbasis. Tschüss damit. Und ich baue mal da vorne noch. Ich habe fast... Oh, da ist ewig die gerade Fläche und ich kann da verdammte Scheiße noch mal kein einzigen Gegenstand bauen. Gegenstand. Ja, genau. Was ist das? Sturmgeschütz. Hab ich das nicht schon? Ist das ein neueres Modell? Mit Atommunitionen. Hochangereichertes Uran. Solange die clarification aufbauen. Vielen Dank.